Im Brunnen am See musste man einen Nauen besteigen. Eine nühsame Gegend. Ritter Konrad oder Grissler fühlte sich im Nauen nicht wohl. Beide Hände an die Bank geklammert, blickte er beklommen in das Tal von Uri, das ihm als das Ende der Welt erschien. Diese Flühe links und Flühe rechts. Je enger die Täler, desto kränkbar sind die Leute. Das hätte wahrscheinlich schon etwas. Auf der anderen Seite musst du auch nur auf einen Flühe oder Hegel rufen. Dann hast du in der Vieraufiss einen viel besseren Aufblick. Alles eine Frage der Perspektive.